Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge heißt, bin ich bereit, als Gründer, Gründerin durchzustarten. Ich werde für euch heute hier in dieser Folge die Hosen runterlassen und werde euch erzählen, wie es damals bei mir in meiner Gründungsphase war und werde natürlich auch die Insights teilen, die ich heute weiß und damals gern gewusst hätte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du nach dem Podcast dir einen kurzen Moment Zeit nimmst und uns eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt. Schreibt gerne auch eine Rezension dazu, weil ich lese die so gern und lese auch die ein oder andere hier immer mal wieder vor. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung und dann geht es auch schon los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Das Besondere an der Frage, bin ich bereit als Gründer, Gründerin durchzustarten, ist, dass diese Frage viele Gegenfragen hat. Und auf diese Gegenfragen werden wir jetzt eingehen. Die eine Gegenfrage ist, wie lange hältst du es aus, mit deiner Idee, ganz am Anfang vor allem, alleine zu sein? Kannst du gut alleine sein mit dir selber und mit deiner Gründungsidee? Weil das ist genau der Prozess, in dem wir alle sind als Gründer. Irgendeiner hat eine Idee. Und dann trage ich diese Idee über Wochen, über Monate mit mir rum. Und diese Idee wird immer größer, weil ich natürlich recherchiere nach Zielgruppen, nach Märkten, nach Chancen, Möglichkeiten, nach Umsetzungsprozessen und so weiter. All das. Und das Ding ist dann irgendwann, passt dann nicht mehr in die beiden Hände rein, weil es einfach schon so riesig geworden ist. Und immer dann, wenn ich das irgendjemandem erzähle, Freunden, Familie und so weiter, dann bin ich schon so tief in der Forschung drin, dass die mich überhaupt nicht verstehen. Die können überhaupt keine Begeisterung entwickeln, weil ich sie schon längst abgehängt habe. Ich bin einfach schon 15 Schritte weiter und merke vielleicht nicht, dass im Grunde das Verständnis fehlt, weil dieser Forschungsprozess einfach nicht mitgemacht wurde. Das heißt, du stehst am Anfang erstmal ganz allein mit einer Idee und die große Herausforderung ist, immer noch den klaren Kopf zu behalten, um zu bewerten, ist diese Idee tragfähig oder nicht. Weil du musst ab einem bestimmten Zeitpunkt auch einsehen, dass du ein totes Pferd reitest und von diesem Pferd musst du schleunigst abspringen. Weil das Risiko ist natürlich immens groß, dass du dich verkalkulierst, dass du dich verrennst, dass du mit deiner Idee irgendwie nicht weiterkommst oder glaubst, das wäre im Markt irgendwie tatsächlich doch noch umsetzbar, obwohl so alles dagegen spricht. Und das ist so dieses Anfangsmomentum. Deine innere Begeisterung ist aber total wichtig und wenn du dann auch noch eine gewisse Expertise mitbringst, weil du in dem Beruf schon mal gearbeitet hast oder weil dir wirklich ein Missstand aufgefallen ist, den du mit deinem Produkt lösen kannst, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber diese Abwägung, wird diese Idee funktionieren oder reite ich die ganze Zeit ein totes Pferd? Das ist so gerade im anfänglichen Thema ein Prozess, durch den ich einfach durch muss. Und es gibt ungefähr wie so eine Art Parabelflug. Du hast am Anfang eine Idee und bist voller Euphorie und da geht dieser Graph, den ich jetzt hier zeichne, den ihr nicht sehen könnt, geht ja nach oben, so ganz leicht. Du denkst, wow, keiner ist vorher auf diese Idee gekommen, richtig cool. Und dann fängst du an zu forschen und merkst, oh wow, da ist ein Bedarf da, da ist eine Zielgruppe da. Ich kann die Zielgruppe sogar genau benennen. Ich könnte sogar jetzt schon meine Positionierung des Unternehmens formulieren, weil ich so glasklar liegt alles vor mir. Und das ist dieser Prozess, den ich gerade meinte, du bist erstmal so ganz alleine da vorne. Da ist niemand an deiner Seite, der das irgendwie auch gut findet oder diese Euphorie mit dir teilt. Und dann kommt nach diesem Anstieg auf einmal so ein Leistungsabfall, als hätte irgendjemand an diesem Flugzeug beide Turbinen ausgeschaltet. Und dann bist du auf jeden Fall im Sinkflug, du bist auf jeden Fall noch in der Luft, fällst ja nicht wie ein Stein zu Boden, sondern da kannst du in so einen Segelflug übergehen und merkst aber, dass das den ursprünglichen Punkt, an dem du gestartet bist, verlässt. Also, dass du quasi unterhalb dieses Punktes, jetzt in unserer Parabel, die wir jetzt hier vor unserem inneren Auge zeichnen, dass du unter diesen Punkt kommst. So, das heißt, du bist auf dem besten Weg in das Tal der Tränen. Das Tal der Tränen ist im Grunde das Tal, wo wir alle als Gründer und Gründerinnen durchmüssen. Das ist der Moment, wo du sagst, verdammt, habe ich jetzt echt mir was ausgesucht, was so nicht umsetzbar ist? Ist diese Idee wirklich nicht tragfähig am Markt? All diese Fragen. Und das Interessante ist, also wir gehen jetzt davon aus, dass deine Idee absolut mega cool ist, ja, sonst würdest du nicht so lange drauf rumdenken. So, und du bist auf dem Weg in dieses Tal der Tränen und die meisten steigen aus. Die meisten springen raus in den Fallschirm und das Ding war's und dann landet diese Idee in der Schublade. Und sie widmen sich vielleicht sogar der nächsten Idee, ja, weil sie einfach eine ganze Menge davon haben. Wären sie durch das Tal der Tränen durchgeflogen, also nach diesem Sturzflug, der ziemlich tief sein kann, ja, deswegen ist es immer ganz gut, erfahrene Unternehmer an seiner Seite zu haben. Wir hatten mal darüber gesprochen, Thema Beiräte, Mentoren, die können nämlich dafür sorgen, dass dieses Tal der Tränen nicht allzu tief ist, aber sie können dir dieses Tal der Tränen nicht abnehmen. Dieses Tal der Tränen ist einfach vorprogrammiert und auch wichtig für deine Entwicklung, weil das ist so die Proof-of-Concept-Phase, in der du zum Beispiel mit einem MVP in den Markt gehst und das Ganze ausprobierst und Erfahrung sammelst. Und vor allen Dingen auch, weil das ja ein kritisches Momentum ist, ja, du kannst ja jederzeit diesen Fallschirm nehmen und rausspringen, ja, deswegen forschst du einfach und entwickelst Strategien, ja, du bist gefordert, deine ganze Kreativität ist gefordert, das dann doch noch rumzureißen. Und die Leute, die es dann, oder Gründer, Gründerinnen, die es dann schaffen, durch dieses Tal der Tränen durchzufliegen und diesen steilen, exponentiellen Flug nach oben nehmen, die haben es dann tatsächlich geschafft. Was man leider immer wieder im Markt sieht oder auch in meinen Beratungen zum Beispiel oder in meinen Mentorings, ist, dass dieses Tal der Tränen eher zum Sturzflug oder zum Absturz führt, ja, also dass die Leute einfach aussteigen und sagen, oh nee, das wird zu heiß, das schaffe ich nicht. Das ist auch, muss man wirklich sagen, ein mentales Thema. Wenn du das nicht aushalten kannst, dass du durch dieses Tal durch musst und diese Täler wird es auch im weiteren Verlauf der Gründungsphase oder auch im Unternehmensverlauf kommen. Stell dir vor, du hast irgendwie ein Unternehmen aufgebaut, was jetzt gerade durch die Corona-Krise irgendwie mit Leidenschaft gezogen wird, dann hast du auch wieder so einen Tal der Tränen. Und deswegen ist dieses Training, durch diese Täler durchzugehen, total wichtig. Umso öfter du das machst, umso routinierter wirst du, umso mehr Strategien wirst du entwickeln, wie du schnell aus diesem Tal rauskommst. Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt unser neues Mentoring vorstellen. Wenn ich an Startups denke, dann erinnert mich das jedes Mal voller Begeisterung an meine Gründerzeit. Eine Zeit mit sehr vielen Ups und Downs und immer das Ziel fest im Blick, das eigene Unternehmen erfolgreich in den Markt zu bringen. Damals hätte ich mir natürlich die heutigen Erkenntnisse und das Netzwerk gewünscht, um den ein oder anderen Stolperstein oder Umweg auslassen zu können. Ich möchte mit dir gern genau diese Abkürzungen teilen, die ich damals nicht hatte und die ich über viele Jahre selbst herausfinden musste. Genau dafür habe ich das 1 zu 1 Startup Mentoring, Startup Your Growth entwickelt, in dem ich dir zeigen kann, wie du erfolgreich gründest und dein Unternehmen auch nach der Gründung zukunftssicher in den Markt etablierst. Das Besondere an diesem Mentoring ist, dass ich deinem Bedarf entsprechend zusätzliche Mentoren, zum Beispiel Finanz- und Steuerexperten, Anwälte oder Investoren aus dem Genius Alliance Netzwerk hinzuziehen kann, um mit dir den optimalen Weg für dein Vorhaben zu finden. Wenn sich das interessant für dich anfühlt, dann sollten wir uns unbedingt darüber in einem unverbindlichen Strategie-Call austauschen. Du weißt, dass der erste Schritt in die richtige Richtung immer am schwierigsten ist, deshalb unterbrich jetzt kurz diesen Podcast und buche gleich deinen Termin und den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge oder besuche uns im Internet auf www.genius-alliance.com. Ein weiteres Thema, was ich dir zum Thema, bin ich bereit, als Gründer, Gründerin durchzustarten mitgeben möchte, ist dieses Forschend bleiben. Das habe ich gerade auch mit diesem Teil der Tränen gemeint, dass wenn du da durchgehst, immer auch in diesem Forschermodus unterwegs bist. Also zu forschen und zu sagen, warum funktioniert das gerade nicht in meinem Unternehmen oder warum funktioniert das in meinem Unternehmen gerade richtig gut. Also das nicht hinzunehmen, sondern wirklich zu erforschen, die Systeme dahinter zu entdecken und zu sagen, okay, krass, ich habe ein Muster erkannt. Und nach diesen Mustern zu suchen und diese Muster auseinanderzunehmen und verstehen zu wollen, ist total wichtig. Also stell dir vor, du hast eine E-Commerce-Company, also irgendwie einen coolen Shop oder was. Und dann ist es halt einfach essentiell, dass du die zum Beispiel Google Analytics Daten lesen kannst. Dass du in diesen Forschungsprozess einsteigst und sagst, okay, ich will wissen, wann steigt einer mit gefülltem Warenkorb aus dem System aus und bricht das ganze Ding ab? Warum ist das so? Und das sind wichtige Momente, die dich auch immer in diesem Innovationsmodus halten. Auch ganz wichtig. Nur die Forschung bringt die Innovation. Jetzt kannst du dich fragen in deinem Unternehmen, wie viel Forschung betreibst du? Keine? Okay, wo bleibt die Innovation? Innovation ist gekoppelt mit diesem Forschungsmomentum. Und das ist im Grunde deine Aufgabe, zu überlegen, wie kann ich mein Unternehmen weiter nach vorne bringen oder überhaupt erstmal in den Markt reinbringen, indem ich in diesen Forschungsprozess einsteige. Total wichtig. Ein weiteres wichtiges Thema ist, um dir zu überlegen, klappt das mit dem Durchstarten, ist, dass du dich von Begrenzungen löst. Was ich sehr oft in meinen Coachings habe, ist die Diskussion darüber, ich habe keine Zeit oder ich habe zu wenig Geld, um zu gründen. Ich brauche doch für mein Business 100.000 Euro. Ich habe nur 50 beispielsweise. Das sind alles Begrenzungen. Oder zum Beispiel, viele wollen eine Applikation entwickeln und sagen, die Funktionalität brauchen wir gar nicht besprechen, weil wir haben gar nicht die Kohle, um das umzusetzen. Fehler. Großer Fehler. Die Limitierungen loszulassen bzw. aufzulösen, zumindest für einen Moment der Konzeption und auch für den Moment der Forschung, den wir gerade hatten, das ist total wichtig. Tu so bei der Entwicklung deiner Applikation oder deiner Technologie, als hättest du jedes Geld der Welt zu deiner Verfügung. Und das macht dich so unglaublich frei, dass du wirklich mal entwickeln kannst, dass du konzeptionell entwickeln kannst, bevor das in die Umsetzung geht, bevor das überhaupt mit Investoren besprochen wird, ist es erstmal wichtig, dass du dich frei entfalten kannst und deine Idee wirklich mal so auslegen kannst, als hättest du alle Mittel dieser Welt, alle zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Also viele, das ist wirklich bedauerlich, muss man wirklich sagen, viele limitieren sich dort selbst und blockieren sich in ihrer eigenen Entwicklung und das musst du komplett ausschalten. Du entwickelst unabhängig davon, wie viel Zeit dir für die Umsetzung bleibt oder wie viele finanzielle Mittel dir zur Verfügung stehen. Total wichtig aus meiner Sicht. Von Begrenzungen lösen. Über das ganze Thema Mindset, wenn wir eine eigene Folge machen, also die Blockaden innerlich aufzulösen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber vor allen Dingen Zeit und Geld. Mach Zeit und Geld zu deinen größten Verbündeten. So ein Lieblingssatz von mir. Das bedeutet eben auch, diese Grenze komplett aufzulösen, aufzuheben, im Kopf freizumachen und zu sagen, ich entwickle jetzt die Applikation oder die Technologie oder die Plattform oder was auch immer. Ich entwickle sie, als hätte ich alle Ressourcen dieser Welt, um das zu realisieren. Ein schönes Beispiel. Wir hatten in einem unserer Startups das Thema Blockchain-Technologie. Ja, so und da gibt es jetzt nicht so viele Experten. Und ich bin immer so die ganze Zeit so verbissen dahinterher, dass das unbedingt auf der Roadmap steht. Und ich merke, auch wenn es keiner vielleicht so krass aussprechen möchte, aber ich merke, dass das so ein Ding ist, wo sie keiner antraut, weil die Leute einfach sagen, boah, kenne ich mich nicht aus. Weiß ich nicht, wie ich das umsetzen soll. Ist es jetzt überhaupt notwendig? Ist es jetzt überhaupt notwendig? Aber du brauchst einen Fixstern. Du musst dir überlegen, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Was hätte diese Technologie für eine Veränderung in fünf oder in zehn Jahren? Natürlich ist das kein Verkaufsargument. Und danach suchen wir aber. Wir suchen nach kurzfristigen Verkaufsargumenten. Wir sagen uns oft, lass uns doch erst mal das entwickeln, was wir sofort verkaufen können. Und das ist aber ein Problem. Problem, weil die Überprüfbarkeit, ob das, was ich gerade tue oder das, was ich gerade entwickle, in mein Zukunftsziel oder in meine Vision einzahlt, setzt voraus, dass ich eine habe, dass ich eine Vision habe, dass ich einen Big Picture habe. Und deswegen ist es so wichtig, auch wenn es unverschämte Ziele sind, was übrigens meine Lieblingsziele sind. Jetzt frage ich zum Beispiel auch gerne in meinen Coachings, was hast du denn hier für Ziele gesetzt? Und dann kommen da so Umsatzziele raus. Das ist völlig uninteressant. 100.000 Euro Umsatz im Jahr. So, was machst du damit? Das ist doch kein Big Picture. Das ist doch keine Vision. Das heißt, du musst erst die Vision hinkriegen und dann kannst du dir so Milestones bauen und da kann Geld natürlich dann auch auftauchen. Aber in erster Linie erstmal die große Frage zu beantworten und zu sagen, wo geht die Reise eigentlich hin? Weil ihr müsst ja alle Leute, die ihr rekrutiert für euer Unternehmen, mit auf diese Reise nehmen. Und wenn du denen sagst, hey, arbeite für mich, weil ich habe mir das Ziel gesetzt, 100.000 Euro Umsatz im Jahr zu machen, dann ist das kein Ziel, dem sich die Leute gern anschließen. Deswegen ist diese Vision einfach so wichtig und diese Loslösung von Begrenzungen im Kopf. Selbst wenn du kein technisches Know-how hast zum Thema Blockchain-Technologie. So what? Wenn du weißt, was man damit machen kann, musst du nicht wissen, wie man es umsetzt. Aber die Idee dahinter, also eine dezentrale Speicherung von Informationen in Kombination mit deinem Business als Big Picture zu erheben und zu sagen, das muss unbedingt in diese Richtung gehen, das wäre eine Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt meine Vision. Auch wenn ich sie heute noch nicht realisieren kann, überprüfe ich all das, was ich jetzt mache, geht das in die richtige Richtung. Diese Überprüfbarkeit ist total wichtig. Das ist übrigens auch Teil von dem, was ich vorhin gesagt habe, bleib forschend, heißt auch, schau dir die Ergebnisse an. Forschung hat immer was mit Ergebniskontrolle zu tun. Also nicht nur einfach so wahllos in der Gegend rumforschen und tolle Erkenntnisse gewinnen, sondern auch Dinge mal im Experiment auszuprobieren, zu experimentieren. Großes Thema bei Amazon zum Beispiel, die im Unternehmen die ganze Zeit Experimente machen. Ist total wichtig für die Teil ihrer Unternehmenskultur, ist experimentelle Versuche zu machen, was an neuen Geschäftsmodellen, was an neuen Prozessen so funktioniert. Also versuch dir das irgendwie zu eigen zu machen, zu sagen, forschen, Ergebniskontrolle, Befreiung von diesen Limitierungen ist einfach ein ganz wichtiger Entwicklungsprozess für dein Unternehmen. Und die Mitarbeiter werden es dir danken, weil das lieben doch Mitarbeiter, dass sie auch mal ausbrechen können aus diesen bekannten, standardisierten Prozessen und selber mal forschen können. Einfach mal, einfach mal, mal testen. Dann bin ich bereit als Gründer, Gründerin durchzustatten, unser Thema heute und ich habe mir dazu auch noch was aufgeschrieben, nämlich die eigenen Skills, um die richtigen Skills zu ergänzen, die du für dein Business brauchst. Ja, also die richtigen Skills zu ergänzen, die du für dein Business brauchst. Das kriegst du raus, indem du dich mit anderen Unternehmern unterhältst und rausfindest und sagst, okay, wo stehe ich, ist immer wichtig, die Selbstreflexion und was brauche ich, um da hinzukommen zu diesem Ziel, das du dir selber gesetzt hast. Und diese Skills zu erweitern, das ist total wichtig, in der Breite vor allen Dingen auch, weil du wirst ja irgendwann mal vom Gründer zum Unternehmer, von der Gründerin zur Unternehmerin. Und dann wirst du breiteres Wissen brauchen, zum Beispiel das ganze Thema Finanzen ist vielleicht am Anfang noch nicht so 100.000 Prozent wichtig, wenn du erstmal noch in der Ideenfindung bist, aber es wird auf jeden Fall immer mehr und immer tiefer wird es dich reinziehen in dieses Thema, weil es dich einfach braucht. Und wenn du eine Tech-Company hast und du brauchst Investments, dann musst du dich mit dem Thema Crowdfunding oder Crowdinvesting oder whatever, also Investitionsrunden einfach beschäftigen und dann musst du dich da auch ein Stück weit auskennen. Also musst du deine Expertise auf diesem Gebiet erweitern. Und da helfen dir natürlich andere Unternehmer und Unternehmerinnen oder Mentoren, Berater meinetwegen, was auch immer oder wen auch immer du findest, um herauszufinden, wann in welcher Phase deiner Gründung oder auch deines Live-Betriebs dann du welche Skills am besten brauchst. Auch das Thema Recruiting zum Beispiel, Mitarbeiter einstellen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Du musst dir darüber Gedanken machen, wo kriege ich die Leute her, die mir helfen in meinem Unternehmen. Und dann musst du dir die Skills einfach aneignen, auch wenn du vorher noch nie Mitarbeiter eingestellt hast. Irgendwann wird dieser Tag kommen, weil du willst ja wachsen. Du willst ja daraus nicht eine One-Man-One-Woman-Show veranstalten. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Informiere dich darüber, welche richtigen Skills erforderlich sind für dein Business, vielleicht auch in deiner Branche. Gibt es ja auch vielleicht ein paar speziellere Anforderungen. Und dann eignet dir diese Skills an. Das nächste Thema ist das Thema, wie risikobereit bist du denn? Wenn du durchstarten möchtest, musst du dir die Frage fallen lassen, bist du bereit, auch ins Risiko zu gehen? Ins Risiko der Investition. Ins Risiko der Investition von Zeit und Geld. Also eine Gründung ohne Geld habe ich noch nicht gesehen. Es gibt durchaus Gründungen, die mit sehr, sehr geringen Kosten losfliegen können. Das sind dann so Agenturen oder Beratungsunternehmen, die eigentlich von Stunde an, also Stunde Null an profitabel sind, weil sie ja Zeit gegen Geld tauschen. Ansonsten, aber auch dafür brauchst du eine gewisse Investitionssumme. Wenn du die nicht hast, dann wird es schwierig. Die Idee alleine reicht da nicht, sondern du musst dann einfach schauen, kannst du in deiner Family vielleicht ein bisschen Investments raisen oder ist deine Idee oder auch vielleicht hast du auch schon was entwickelt. Du kannst vielleicht selber programmieren, hast irgendeine Technologie entwickelt, dann lohnt sich das auch relativ früh mit Business Angels und Investoren zu sprechen. Kommt auf die Richtigen an, ob die bereit sind in so einer sehr, 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 sehr frühen Phase mit dir ins Gespräch zu kommen. Aber probieren kann man das in jedem Fall, also vielleicht nicht in jedem Fall, aber kann man das unter Umständen schon. Aber wichtig ist, dass du selbst bereit bist, ins Risiko zu gehen. Das ist immer die Erfordernis, wenn du gründen möchtest. Du musst ein gewisses Risiko eingehen, um Gewinne zu machen. Also du musst sagen, ich packe einen Euro rein, um am Ende zwei rauszubekommen. Und das ist wichtig, dass das auch mit finanziellen Mitteln geschieht, weil du dir dann eingestehst, dass das Thema Geld für dich, für dein Startup ein Rohstoff ist. Und diesen Rohstoff braucht dein Unternehmen. Und egal auf welchem Wege du diesen Rohstoff beschaffst, es ist einfach wichtig, um Wachstumsprozesse zu initiieren oder um wirklich Leute einzustellen. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Ich hatte es vorhin gerade schon gesagt, Thema Recruiting und dergleichen. Ein ganz wichtiger Tipp ist, der mir wahnsinnig geholfen hat, und das ist dann auch schon der letzte hier in dieser Podcast-Folge, bevor das hier wieder zu lang wird. Und zwar, der Tipp ist, feuer dich alle sechs Monate selbst. Erstens, überleg dir, woran du gerade arbeitest und überleg dir, ob du nicht jemanden einstellen kannst, der das, was du gerade tust, besser macht. Also wenn du gerade alle Stationen, alle Fachabteilungen deines Unternehmens inne hast, also Head of Marketing, Head of Sales und so weiter bist, dann überleg dir, okay, das Thema Head of Marketing habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht. Ich bin der schlechteste Head of Marketing ever. Kannst du dir so für dich sagen. Ich suche mir jetzt jemanden, der das besser kann als ich. Und wenn du jemanden gefunden hast, der das besser kann als du, dann hast du natürlich auch den Riesenvorteil, dass du dich auf andere Themen konzentrieren kannst. Also überleg dir einfach mal in deinem Unternehmen, das ist vielleicht jetzt eine schöne Aufgabe, im Anschluss an diesen Podcast, also nach deiner Bewertung des Podcasts, dass du dich mal hinsetzt und einfach mal in die Sonne raus und vielleicht sogar mal aufschreibst und sagst, okay, für was bin ich denn alles Head of? Und was habe ich so in den letzten sechs Monaten gemacht, womit habe ich mich so wahnsinnig intensiv auseinandergesetzt und lässt sich dafür jemanden finden, der das übernimmt? Und das wird der Game Changer sein. Bei mir war es tatsächlich so, als ich gesagt habe, zum Beispiel das Thema Projektentwicklung, ja, also auch Neukundenakquise, das outzusourcen an jemanden, der wirklich einen Tag, also einen Arbeitstag dafür investieren kann. Ich hatte einfach die Zeit nicht. Ich habe schon Spaß dran, aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie, du musst da dranbleiben, ja. Du brauchst richtiges Zeitinvest, das ist ein richtig ernstzunehmender Job, den kannst du nicht nebenher machen. Und deswegen habe ich mir jemanden gesucht, der das für mich übernimmt und das war für mich der Game Changer, weil ich auf einmal Zeit hatte, andere Dinge zu machen. Also Strategien zum Beispiel zu entwickeln oder Kooperationen einzugehen, mich darum zu kümmern, mich um mein Netzwerk zu kümmern, all diese Sachen, Investoren anzusprechen, ja. Diese Zeit hast du nicht, wenn du in der Projektentwicklung bist oder Head of Marketing bist oder Head of Communication oder was auch immer. Genau, also überleg dir das einfach mal, was hat dich in den letzten sechs Monaten so intensiv beschäftigt und lässt sich jemanden finden, der diese Aufgabe besser macht als du? Dann feuer dich einfach und das alle sechs Monate. Gehe alle sechs Monate, schreibe dir einen Reminder in deinen Kalender und überlege dir alle sechs Monate, okay, was ist eigentlich passiert in den letzten Monaten und wie kann ich diesen Prozess verändern? Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir ein bisschen mehr Klarheit darüber gegeben hat, ob du wirklich bereit bist, durchzustarten. Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe das nie bereut, irgendetwas gegründet zu haben. Es ist immer wieder ein ganz spannender Prozess und ein ganz toller Entwicklungsprozess für einen selbst und seine eigene Persönlichkeit. Also, wenn du den Mut hast, freue ich mich für dich und dann mach es einfach, mach es richtig gut und vielleicht hilft dir hier dieser Podcast mit den einzelnen Tipps noch ein bisschen mehr Klarheit für dich so in dein Herz zu tragen und zu sagen, okay, jetzt geht es los, jetzt fange ich an und jetzt bringe ich diese Idee auf die Straße. In diesem Sinne, viel Erfolg und bis bald. Ciao, ciao. In diesem Sinne, viel Erfolg und bis bald.